Pssst. Wir wollen aufnehmen. Sei ruhig jetzt. Sag nichts. Die Anlage ist noch an. Das ist das Sentry Turret. Aber die Anlage ist noch an. Welche Anlage? Na, die Anlage, die ich jetzt gehört habe. Du hast keine Anlage gehört. Aber das blöde Sentry Turret. Ja, wir sollten vielleicht mal ein Intro einspielen. Moin. Willkommen zurück zu Minecraft. Das hier bin ich. Und mit mir dabei ist Le Emes de la Firon Siepsich. Hallo. Hallo. Auch ein Hallo an Jan. Und Christoph. Ach ja, stimmt ja. Ich gehe gerade von den Schildern deswegen. Ach so, ich mache hier mal ein bisschen Musik an. Oh. Ist er ruggelt? Ist er ruggelt? Ist er ruggelt? Ruggelt. KST Beats mit Beat Nummer 128. Jetzt geht's wieder. Fassade. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ich bin am Haus des Bürgermeister Adi. Oh. Seines Zeichens König des Benndorfes. Guck mal. KST Beats. Bin aber auf dem Weg zurück. Ne, hier bist du. Ja, ich weiß. Aber du fliegst ja. Wo willst du hin? Willst du? Mach doch kein was. Also, folgendermaßen habe ich mir das vorgestellt. Oh Gott, jetzt kommt's. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Da hinten. We can seize Adi Haus. Yes. It's ja noch nicht fertig. Korrekt. We have two Möglichkeiten. Entweder we build it fertig. Mhm. Yes. Yes. Or we can, äh, äh, weekend. Or we can, we can, we can, äh, search. Was machst du denn da im Wasser? Baden. Das hast du schon drei Jahre nicht gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen rieche. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich gehe mal ins Wasser. Oh, warte. Oh, es riecht viel besser. Die Fische sind tot. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ah. Sieht immer aus, als würdest du gerade einen weggekifft haben. Ähm. Äh. Entweder machen wir das. Oder, aber wir können was machen? Naja, hier so, äh, fertig bauen. Ja. Oder aber Amethyst suchen. Wir brauchen Amethyst für Amethisteimer. Because the Dacuzzi muss dampfen. Und das können wir nicht mit normalen Eimern regeln. Was ist denn hier los? Das ist klares Glas, aber irgendwie sonst gibt es hier... Dickst du den Fehler. Mir fehlt hier im Übrigen auch, äh, der Ghulam. Der Adi. Adi. Ja, der hat Ausgang. Achso. Kommt der wieder? Nein. Nein. Wo finden wir denn das Zeug? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass es ein Gestein ist und dass wir das brauchen. Wahrscheinlich im Untergrund. Warte mal. Wir brauchen... Wir haben... Amethyst. Wir haben, ähm... Amethyst. Wir haben... Doppel M? Nee, A-M-E. Wir haben... Ben, jetzt sitze ich bereits das fünfte Mal. Also nur das achte Mal oder ach, was weiß ich. Ah, 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 Amethyst. Ah, 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 ah. Das Lila... Äh, das ist... Ja, das... Ja, wir hatten doch mal im Shit-Heinbruch am Start. Und wir haben doch einen Haufen Gedöns eingesammelt. Haben wir Amethyst vielleicht einsortiert oder haben wir das weggeschmissen, weil wir brauchen es nicht? Also ich, wenn's nach mir ginge, wir haben's noch. Wenn's nach mir ginge, wir haben's noch. Warte? Warte? Hallo, Turret. Ach, Mist, doch nicht. Hallo. Hier. Hier so, hier so, hier so, hier so, hier so, hier so. Nee, das ist Tansanit. Verdammt! Oben ist auch nix. Nee. Und wenn unten nix ist, dann... Wir haben auch keinen Barrel dafür. Wieso sind denn meine... Wo sind denn meine Kekse hin? Ich hatte doch gerade eben noch über 30. Tansanit... Ah, es sieht fast aus wie Tansanit. Das heißt, wir bauen den Steinbruch hoch. Oder was? Irgendwie, oder wer? Ja, oder wir gehen suchen. Im Rahmen von Höhlentouren. Ich weiß aber nicht, auf welchem Höhlenlevel wir das finden. Ja, dann würd ich sagen, es ist, glaub ich, besser, wenn wir den Steinbruch einsetzen. Ist da oben noch ne Energieversorgung am Shit-Hard? Äh... Du hast doch damals ne Strippe gezogen, wenn ich mich nicht irre. Ich hab ne Strippe gezogen, ja. Dann lass uns doch mal da hingehen. Ja, ich geh schon. Such du das Zeug zusammen. Was denn von Zeug? Ich brauch nur Amethyst. Nein, du brauchst den Steinbruch. Ja, der steht doch da oben. Meinst du? Stimmt. Hier ist er. Die kleine Wutz. Die kleine Wutz uns sagt nix. Dann würd ich nämlich sagen, setz den mal um. Warte, ich guck mal, ob hier vielleicht was in der Wand drin ist. Ja, eben. Das war nämlich jetzt gerade so meine Idee, dass ich jetzt gerade mal gucke, ob hier was in der Wand drin ist. Wie viel braucht man denn davon? Mindestens drei für einen Eimer. Ja. Also ein Stack wär schon nicht schlecht, weil wir ein paar Eimer mehr brauchen. Also ich seh jetzt hier in den Wänden nix davon. Das dürfte... ... auch verhältnismäßig selten sein, das Material. Deswegen werden wir den Steinbruch tatsächlich mal anschmeißen müssen. Jetzt ist die Frage, wie weit sind denn die... ... die Barrels vorgebaut, dass wir Cobblestone und sowas einsetzen können? Wie weit sind die denn schon eingerichtet? Geupgradet und so. Willst du es direkt darunter schicken? Oder wie? Weil wir haben ja nur eine Energieleitung. Ja. Bestimmt. Ja, hässerecht. Wir haben ja sonst immer die, äh... Die Kisten eingesetzt. Ja, hässerecht. Kiste? Gut, dann besorge ich mal ein paar Kisten. Find ich gut. Hab ich noch irgendein Baumaterial im Rucksack? Jo. Me, 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 me. Äh, 16x16 war's, oder? Ich glaub, das war ein 16x16er Innenbereich, ja. Warte, warte, sehen wir gleich. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Wo sind denn unsere Kisten? Dann haben wir hier eins. Weiß ich nicht. Eins, zwei... Emmes? Was? Unsere Kisten. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, fünf, dreizehn. 14, 15, 15, 16, 18. Aha, reingelegt. Oh, lustig. Ja. Ich hab mich kaputt gelangt. Ich, ja, genau. Tragbarer Tank, Energieleitung, Transportwagen. Also, wo sind denn unsere Diamantkisten hin? Guck, meine Diamantkiste. Nee, da sind sie nicht. That's ja my problem. Ich würd' ja nicht fragen, wenn ich sie sehen könnte. Ich kann sie aber nicht sehen. Du hast es wieder versaut. Du hast es versaut. Nee, du hast es versaut. Nein, du hast es versaut. Nee, du hast es versaut. Nee, du. Äh, einfach überwauern. Auch ein bisschen. Ach, was haben wir denn da? Wir brauchen Truhe. Ruhe, Truhe. Und zwar, so Eisentruhe haben wir. So Goldtruhe, dann machen wir eine Diamantentruhe draus. Dann brauchen wir Glas, zwei Diamanten und eine Goldtruhe. Ah ja, nö, gut. Es ist doch nicht mehr normal hier. So lustig ist das. Merkst du? Du bist nicht lustig. Ich bin sogar sehr lustig. Wer sagt das? Na, ich. Siehst du, du hast gelacht und damit bin ich sehr lustig. Naja, das war kein Lachen. Das war sehr wohl ein Lachen. Nur weil du es nicht zugeben willst, dass ich lustig bin. Und du weißt, dass ich lustig bin. Hier ist leer. Sleer? Hier ist auch leer. Pipp, Pipp. Pumpe, Schleustor, Werfer. Ja. Was? Wo sind denn diese Marker? Hast du die schon? Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht. Ich bin auch im Lager. Ich versuche gerade wieder Dinge zu machen. Ich bin auch im Lager. Was? Was bitte suchst du denn im Lager? Marker. Und seitdem. Marker. Eins, zwei, drei. Ich komme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Marker? Marker? Ja, ich weiß. Also wer die Beschreibung gemacht hat und dieses System da erwirtschaftet hat, also... Das würde ich auch gerne mal wissen, ey. Das muss ein Phorel gewesen sein, ne? Wer baut denn so einen Blödsinn? Haben wir noch, äh... Haben wir noch? Energieleitung, Transportwagen. Transportrohre wäre toll. Haben wir die noch? Was für Rohre? Bei Impulseitem-Ducks haben wir, glaube ich, noch ein Ding, im Barrel zu liegen. Hier. Äh, hat er gesagt. Hier. Yes. Hier. Wo? Da? Da. Da? Ja, da. Oh lai. Da? Hast du... Hast du vielleicht die Marker in irgendeinem Rucksack oder sowas? Nope. Sicher? Ach, Hermes. Also ich nicht. Ich hab sie nicht. In der Overflow liegen sie auch nicht. Hast du sie zufällig eingebarrelt? Ich meine, wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich... hast du sie irgendwo eingebarrelt. Du barrellst doch alles ein, was annähernd 36 Grad Körpertemperatur hat. Die haben aber nur, äh, 35 Grad. Ach so. Ne, ähm, ich hab schon alles durchgesucht. Das sind Andockstäbchen, ne? Ne, doch nicht. Und? Das waren doch die blauen, oder? Ja. Ja, das waren die... Das waren die blauen. Ja. Die Morgers, die Platz Morgers. Haben wir denn noch Lapislazuli? Weil Redstone Fackeln, das krieg ich hin. Äh, Redstone Fackeln haben sogar noch ein Barrel. Ja, da haben wir noch einen ganzen Stack von. Also ich hab jetzt einen Stack genommen von zwei. Wo ist denn das Lapislazuli hin? Wir haben doch so viel Gedöns abgebaut. Lapislazilu? Ja. Äh, Lapislazilu ist hier. Das angepisste Lazi, du. Hier, unten. Danke. Und Fackeln? Äh, Redstone Fackeln sind hier. Die brauch ich nicht. Vielen Dank. Aber die sind hier. Ja, aber ich brauch's hier nicht. Ja, aber die sind doch hier. Die brauchst du dafür. Was? Brauch ich nicht. Brauch's? Hast du schon welche? Manchmal bricht die ich dir. Ich hab gerade eben ein Stack gebaut, ja. Ich hab doch gesagt, die brauch ich nicht. Du musst mir zu... Ach, da sind sie ja. Nee, Spaß. Du leckst gerade ein bisschen. Du leckst. Auf der Stimme? Nein, ich leck mich. Ich puste nur. Ah, du auch. Emis, Emis, Emis. Es nimmt kein gutes Ende mit dir. Ich weiß. Äh, jetzt muss ich gerade mal wissen, ob ich das bei habe, was ich brauche. Äh, so, da haben wir nochmal ganz kurz einen Schnitt hingelegt. Ich mach mal die Musik wieder an, wa? Ja. Zwischendurch ist es hell geworden. Wir haben ein bisschen länger gebraucht. Ich musste den, äh, Teamspeak-Server tatsächlich wechseln. Das ist unfassbar mit diesem Anbieter. Also ich glaube, dem muss ich doch mal ein bisschen die Füße aufpumpen. Naja. Egal. Wir machen an dieser Stelle einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Emis, war irgendwas? Ähm, ja. Ja? Ich weiß nicht, was ihr verfasst habt. Ich hab die Leitung gelegt und jetzt ein bisschen ausgebaut. Oder aber sonst, äh, nichts. Du hast ne Leitung gelegt? Ja, ich hab ne Leitung. Ich hoffe doch, sie ist auch besonders lang. Ja, du hast ne lange Leitung. Okay, ich brauch noch irgendwie was. Ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich brauche. Schlag im Nacken brauch ich alles. Äh, ich weiß. Äh, äh, äh. Oh, Zombiefleisch. Zombiefleisch. Äh. Äh, äh, was brauche ich denn noch? Ich brauche doch hier noch so ein Gedöns. Da. Da, sowas brauche ich noch. Geil, ne? Äh, wie ich es einfach nur kann? Wie ich es einfach nur kann? Ja. Ja, genau. Äh. Wo sind denn die Markerdinger? Ja, in meiner Hand. Ja, dann gib mir die doch mal. Tjo. Warum rennst du denn auch weg? Hm? Wo bist du denn? Naja, am Lager. Ja, siehst du? Sag ich doch. Und weißt du, wo ich bin? Vermutlich am Steinbruch, sonst würdest du nicht nach den Markern fragen. Nö, ich bin hier am Lager. Hm. Da bin ich aber nicht mehr. Wo bist du? Am Steinbruch. Zu Fuß, wenn es sein muss. Zu Fuß. Einmal mit Profis. Dafür hast du nicht bezahlt. Stimmt.